Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide, World of Warcraft, Vaults of Draenor. Heute geht es um das Spielzeugring der gebrochenen Versprechen, das sich hier auf der achten Seite in der Spielzeugkiste befindet. Und wie ihr sehen könnt, ist es nur auf dem Dunkelmond Jahrmarkt erhaltbar, deshalb befinden wir uns hier auf der Dunkelmondinsel, eher ein bisschen abseits der Insel, sagen wir mal so, bei etwa 75, 33, denn da droppt das Item, wo man diese Quest dann bekommen kann und dann eben dieses Spielzeug bekommt und eben halt nur, wenn der Dunkelmond Jahrmarkt aktiv ist. Gut, dann befinden wir uns eben hier an dieser Stelle, denn da ist im Wasser drin eine Höhle, da gehen wir gleich hin. Asteroide ist natürlich ein bisschen schneller hier und aufpassen, dass ihr wegen der Erschöpfung nicht sterbt, aber es sollte da eigentlich kein Problem sein. Und in dieser Höhle gibt es einige Mobs. Passt auf, dass ihr wirklich nur ein Mob pullt, also diese Mobs heissen alle gleich, und zwar Erenis, sagen wir es mal so, Erenis, ja, heissen die so. Und eben beim Pullen darauf achten, dass ihr wirklich nur ein pullt, ansonsten könnte es schlimm enden. Dann aktiviert ihr wirklich alle Cooldowns, denn der Mob hat 800k leben, so ein wenig viel. Und wenn ihr das, ja, das Gier noch nicht habt, am besten holt ihr noch irgendeinen Kumpel oder fragt irgendeinen Handelschannel. So, am besten einfach noch unterbrechen, so viel wie ihr könnt. So, und dann liegt er irgendwann auch einmal. Und dann lässt er ein Quest-Item droppen. Normalerweise ist es etwa 100%, also wenn ihr wirklich einen legt, solltet ihr auch das Item bekommen. Dann aktivieren wir hier mal die Quest, und dann seht ihr, müssen wir hier hin, beim Dunkelmondjahrmark zurück. Und da werde ich jetzt gleich hinrennen, ich werde hier einen kleinen Cut machen, ansonsten wird es einfach zu lang gehen. Einfach hier wieder zurücklaufen, oder auch zurückporten lassen, einfach nach OG oder so, und dann wieder hineinlaufen. Aber ich werde jetzt hier unten durchlaufen, und man sieht sich gleich wieder. So, da sind wir wieder, und zwar stehen wir hier bei Chester, auf der Map. Es ist hier an diesem Punkt, eben dort, wo man die Quest abgeben muss. Können wir hier die Quest abgeben bei Chester, und bekommen dann dieses Spielzeug. Können wir die aktivieren, und ihr seht, dass das Spielzeug zwei Stunden Abklingzeit hat. Das befindet sich hier eben auf dieser vorhin besorgten achten Seite in der Kiste. Können wir hier aktivieren, mal schauen, was dann passiert. So, ihr verwandelt euch in eine kleine Dämonendame, habt sozusagen die Rüstung eines Hexenmeisters. So, ein bisschen heranzoomen. Ja, habt dann etwa 15 Minuten dann diese Verwandlung, und danach müsst ihr wieder ein bisschen warten, bis ihr diesen aktivieren könnt. Ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ihr habt das Spielzeug auch bekommen, und wünsche noch viel Spass. Bis bald!